Hallo zusammen, hier ist wieder Heutschela und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so einen kleinen Toy Guide. Heute geht es um gleich insgesamt 10 Toys. 8 davon sind neu, 2 davon sind alt. Und ich würde sagen, die gucken wir uns jetzt mal an. Ich befinde mich hier einmal dafür auf der Allianzseite. Und zwar sind wir hier in Eisenschmiede. Also einmal hier in den östlichen Königreichen. Dann, ja Moment, da wollte ich eigentlich nicht gleich reinklicken. Dann hier in Dunmorrock und dann in der Eisenschmiede. Und hier sind wir in der Halle der Forscher und da oben bei den Koordinaten 74, 9. Der eine oder andere wird schon wissen, wo ich jetzt bin. Und zwar sind wir einmal beim Händler, der die Erbstücke verkauft. Und da gibt es ein paar neue Sachen. Unter anderem gibt es größere Upgrade-Items für die Erbstücke. Jetzt insgesamt auf Stufe 60, wo man auch wieder das eine oder andere Gold lassen kann. Das werde ich demnächst auch mal noch kaufen. Wird wahrscheinlich teurer. Aber es gibt hier auch einen Haufen neue Toys. Und zwar seht ihr, es gab ja schon zwei Speer-Karten. Einmal für Kalendor und einmal für die östlichen Königreiche. Diese Speer-Karten sind quasi Toys, die man einmal lernen kann. Und wenn man sie einmal gelernt hat, kann man sie mit jedem Twink auf dem kompletten Battle-Account einsetzen. Und dementsprechend lernt man dann einige Flugpunkte. Sowohl hier einmal in östlichen Königreichen und dann einmal in Kalendor. Bizzard hat jetzt mal nach x Jahren endlich für die anderen Gebiete die Dinger reingepatcht. Es kostet jedes Ding 10.000 Gold. Und wir haben hier eins für die Scherbenwelt. Das können wir uns jetzt kaufen. Eins für Nordend. Dann einmal für Kataklysm. Also heißt, da würden wir wahrscheinlich einen Uldum-Flugpunkt kriegen im Schattenhochland. Gut, ich weiß gar nicht. In Deepholm gibt es glaube ich keine Flugpunkte. Aber zumindest, vielleicht, weiß nicht, ob man da die Vashir-Flugpunkte auch schon direkt bekommt. Also solche Geschichten halt. Pandaria ist natürlich auch dabei. Dann haben wir die Gefahren-Drenors. Die verhehrten Inseln haben wir dabei. Dann haben wir Kul-Tiras und Zuldazar haben wir dabei. Und auch die Schattenlande. Insgesamt kosten uns die neuen Dinger, weil es acht Stück sind, 80.000 Gold. Also doch das ein oder andere Goldstück. Ich muss aber sagen, jedes Stück Gold ist es das wert. Vor allem als jemand, der viele Twinks hat, ist es natürlich eine sehr, sehr praktische Sache. Wenn man einfach mit jedem Twink dann die Flugpunkte hat und nicht dann x-mal rummachen muss. Also finde ich sehr gut, dass sie jetzt reingekommen sind. Ich muss aber ehrlich sagen, ich finde es tatsächlich ein bisschen spät, dass sie jetzt reingekommen sind. Wir können uns die Dinge jetzt mal angucken, falls ihr diese Speer-Karten an sich noch nicht kennt. Moment, jetzt gehen wir mal hier Speer-Karte ein. Und dann seht ihr, hier haben wir diese ganzen Karten. Und wie funktioniert das jetzt? Ihr könnt die quasi einfach einmal einsetzen und dann kriegt ihr hier Flugpunkte. Komischerweise habe ich jetzt auch hier Flugpunkte bekommen, obwohl ich mit dem Main eigentlich alle haben müsste. Aber wir setzen sie jetzt einfach mal ein. Ihr seht, anscheinend habe ich irgendwelche Flugpunkte noch nicht gehabt. Ja, ist mir recht. Ist fürs Collecten bestimmt auch ganz gut. So, selbiges könnt ihr natürlich, wenn ihr jetzt auf der Allianz-Seite kein Schar habt oder nicht das Gold habt, auch auf der Hordenseite holen. Dazu müsst ihr aber zum Händler für die Hordler einmal nach Undercity wahr, das glaube ich. Und da gibt es nämlich ebenfalls einen Händler. Und da müsst ihr aber, um dort hinzukommen, einmal hier nach oben. Und wenn ihr mit einem hochleveligen Char-Dart seid, mit Cistormi sprechen, denn ihr wollt ja die Geschehnisse von BFA rückgängig machen. Wenn ihr mit ihr quatscht, dann könnt ihr Undercity bzw. die Zone wieder sehen, so wie sie vor dem Angriff war, bevor die Allianz quasi Undercity zerstört hat. Und dann in Anführungszeichen, könnt einfach unten reinfliegen und dann auch zum Händler gehen und euch die Items kaufen. Also ganz wichtig, ihr müsst es halt umschalten. Genau, und das ist hier einmal für die Horde Estelle Gendry, heißt der. Und der ist auf den Koordinaten 82, 76 in Unterstadt. Das gucken wir uns jetzt auch nochmal kurz an. Halt, jetzt habe ich es vergessen. Was hatten wir? 78, 76. So, gucken wir mal. Gucken wir nochmal rein. 78, 76, also muss ja irgendwo da unten sein. Der wird wahrscheinlich etwa hier sein. Also hier unten das Schurkenviertel, da könnt ihr euch hinstellen und den holen. Ich frage mich, warum sie den mal nicht nach OG holen, weil mit Undercity ist das halt jetzt schon ein bisschen blöd, nachdem da einiges mit Phasing ist. Aber naja, wenn ihr euch das Zeug holen wollt, könnt ihr da hingehen. Übrigens, eins der Toys könnt ihr euch auch in Oribos kaufen. Und zwar ist das die Speer-Karte der Schattenlande. Das gibt es auch bei dem Händler in Oribos, der neben dem Flugmeister steht. Der verkauft euch ja noch ein paar andere Twink-Items. Da könnt ihr mal vorbeigucken und eventuell euch dann dementsprechend das Ding auch da kaufen, wenn es euch jetzt nur um das Schattenlandeteil geht. Ja, das war es eigentlich soweit mit dem kleinen Toyguide. Mehr ist es tatsächlich nicht. Groß zeigen, wie sie funktionieren kann ich euch nicht, sobald ihr sie gelernt habt, mit dem jeweiligen Twink habt ihr halt die Flugrouten. Es sind nicht immer alle, also ihr kriegt nicht 100% der Flugrouten, aber ihr kriegt zumindest in jeder Zone immer einen Flugpunkt. Manchmal sind es sogar auch tatsächlich mehrere. Gut, jetzt sind wir 80.000 Gold ärmer. Wir haben 8 neue Toys oder wenn euch die alten noch gefehlt haben, habt ihr 10 neue Toys. Ich verabschiede mich an der Stelle mit dem kleinen Video. Hat mich gefreut, der Survivor hat euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.